Hallo zusammen, wir haben 9.19 Uhr. Es ist der 17. Mai. Dieser Film ist keine echte Analyse, sondern vielmehr nochmal eine Fortführung von diesen Positionen, die ich da neulich eingegangen bin. Sowohl im Nasdaq, als auch im Gold. Bei mir läuft das unter dem Motto ein bisschen Edukatives. Und zwar wollte ich euch jetzt zeigen, wie das weiterging mit den Nasdaq-Optionen und hinterher, wie das jetzt anfängt mit den Gold-Optionen. Das hier ist die Nasdaq. Wir haben also heute, wie gesagt, den 17. Oh, wann habe ich denn den Film gemacht? Ich glaube, es war am Freitag. Nee, oder am Donnerstag. Doch, am Freitag, zusammen mit dem DAX. Und zwar geht es um diese Liste hier. Wo ist sie denn jetzt hier? Da, wunderbar. Hier ist sie. Also, wir waren geblieben bei dieser Geschichte, dass ich praktisch die Trading-Position aufgelöst hatte. Ich wurde dann gestoppt. Das sieht man hier. Ich hatte welche gekauft, für die Handposition, da mit 11,38 runter, beim Fibo noch mal mehr gemacht. Nach wie vor gilt, diese Position hier ist also nicht meine, sondern einfach so gemacht, dass ihr die für euch umrechnen könnt. Dass ihr auch dann absoluten Betrag habt, dass das einfacher ist für euch. Ich hatte 150 Stück noch hier. Ich habe da welche verkauft. Das waren diese hier mit 10,38. Von 300 Stück hatte ich 150 verkauft. Und dann wurden an dem Freitag mit 9,04 die restlichen 150 gestoppt. Ich habe aber auch gesagt im Film, ich liege jetzt schon wieder drin mit 8,38 und bei dem 50er Fibo habe ich gekauft mit 7,38. Kam alles noch dran. Hatte ich also wieder 150 Stück. Und dann habe ich verkauft am Montag mit 10,65, mit 12,38 und ich habe das auch in dem Film als Nachtrag eingeschrieben, was ich da hatte. Und gestern wurden dann die letzten 50, da gehört noch ein Minus dazu, mit 11,38 verkauft. Das heißt, ich habe momentan null Position. Normalerweise würde ich die schlicht und ergreifend weiterhalten, weil ich gehe ganz kurz auf den Nachtrag gleich. Ich meine Meinung bin, dass das doch noch ein bisschen weiter geht. Aber ich war vermutet, heute auf Geschäftsreise zu fahren bis Sonntag. Das werde ich aber erst machen ab Donnerstag. Da kann ich auch gleich sagen, es gibt keinen Film am Freitagabend. Das schaffe ich nicht. Ich hoffe, dass ich morgen Abend eine hinkriege. Und ich bin jetzt also komplett glatt in dieser Position. Nur damit ihr mal seht, wie ich das dann handhabe. Und das heißt jetzt hier, Spesensteuern nicht berücksichtigt sind das 1.416,53 Euro. Der höchste Geldeinsatz waren hier oben diese 250 Stück. 2.960. Diese und diese. Das war der höchste Geldeinsatz. Das heißt, es sind 50 Prozent. Das ist okay. Wenn es jetzt um die Gebühren geht, mir ist das völlig klar, dass jetzt der eine oder andere sagen wird, ja, aber das kostet ja, das sind jetzt hier, ich habe es nicht nachgezählt, 20 Trades. Ja, sagen wir mal, das kostet dann 200 Euro Gebühren, ja, bei normalen Brokern. Ich habe auf YouTube, auf meinem Kanal, einen Film gemacht. Ich habe dieses Scalable Capital getestet. Ich habe jetzt da, also bestimmt schon fast 2.000 Trades drauf. Ich habe damit fast nie ein Problem gehabt. Also nur, wenn es ganz schnelle Märkte waren, gab es da mal ein Problem. Ja, und da kostet das halt nicht so viel. Deswegen, ich kann das hier brutto für netto rechnen. Schaut euch mal den Film an. Vielleicht ist das was für euch. Es gibt einen Link drunter. Da bekomme ich ein bisschen Geld. Das ist also wirklich nicht der Rede wert. Aber genauso, wie ich die Einnahmen aus YouTube spende, spende ich also auch diese Geschichten. Es gibt genug Leid in der Welt. Aber so sieht es aus. Momentan bin ich glatt und so habe ich die Position. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf den Nasdaq selbst. Hol ich mal hier so in die Mitte rein. Wir stehen jetzt heute, gestern war der Schlusskurs bei 12.244 und wir stehen jetzt bei, wo ist es denn, 12.345, also rund 100 Punkte drüber. Steht hier 0,94%. Wir sind jetzt irgendwo hier in der Nähe der 20-Tage-Linie. Die 20-Tage-Linie ist 12.528. Das ist nach wie vor das erste, sagen wir mal, Ziel. So lange hätte ich diese Scheine auch behalten. Wir machen hier so eine kleine Stabilisierung. Die ist noch ein bisschen auf Töner den Füßen. Was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass wir unter dieses Low hier gehen. Das ist vom 12.05. und das war bei 11.693. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich sehe solche, ja, sagen wir mal, Verreckerwerte, wie zum Beispiel Netflix. Die haben auf einmal auch eine Bodenbildung gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Das hatte ich auch besprochen. Da bin ich auch dabei. Läuft in Ordnung. Kann ich mich nicht beschweren. Also ich finde grundsätzlich, das ist die 10-Tage-Linie hier. Das ist nicht die 20-Tage-Linie. Die 20-Tage ist die hier. Bei 12.950. Ich rechne damit, dass wir grundsätzlich nochmal hier hochlaufen. Vielleicht nur so einen kleinen Schlenker hier runter machen. Wir sind in dem Kanal drin und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ich würde diesen Markt hier momentan nicht fixen. Sagen wir es mal so. Aber, wie gesagt, die Position ist glatt. Jetzt gehen wir zum Gold. So, hier ist das Gold. Da hatte ich einen Film gemacht am Donnerstag, am 12. Und die Positionen haben angefangen am Freitag. Muss ich mal schauen. Am 13.05. Genau. Und zwar ging es um diesen Schein hier. Das war der TT66BY. 1714er Schein. Der liegt hier unten irgendwo. Wo sind die? 1714er Schein. Das ist hier unten. Ich war der Auffassung in dem Film, dass wir, da waren wir irgendwo hier, dass wir diese Linie hier nochmal sehen. Das ist, ich mache es mal größer, ist praktisch die Trendlinie hier vom 06.08.2020, wo wir bei 2069 waren. Das ist nur nochmal zur Erinnerung. Die Annahme von mir ist, dass wir da drauf gehen. Ja, ich hatte keine wilden Kaufsignale, aber dass ich davon ausgehe, dass, weil das obere Band hat sich gedreht, das entspricht dann ungefähr hier, sodass das Momentum aus dieser Bewegung hier die Akzellation rausgeht und dieser ganze Bereich hier als Unterstützung dient. Dann habe ich, wo sind meine Trades, hier, wo sind sie jetzt, Moment, Gold, 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 hier. Am 13.05. habe ich, ich habe es auch wieder umgerechnet, sodass ihr das für euch, ja, selbst umrechnen könnt. Ich habe von diesem Schein gekauft mit 9,58, das war am Freitag und gestern nochmal, war das gestern, mit 7,65. Wieder jeweils 100 Stück. Es liegen offene Limite drin bei 5,65, das sind ganz grob 2 Euro, also es sind 2 Euro und bei 3,65. Mein Einstandskurs für diese 200 Stück ist jetzt bei 8,61. Im Moment handelt der bei 11,06 und ich habe, also wenn man es hier umrechnet, ganz grob, was sind denn das, das sind 958, das sind wir 1,600 Euro, 1,700 Euro eingesetzt und es liegt jetzt schon 682 Punkte vorne. So viel dazu und hier ist das Gold jetzt nochmal. Also, wir sind hier drunter gelaufen und ich habe auch dem einen oder anderen auf YouTube geschrieben, langsam machen, weil der eine schrieb dann so, ist jetzt eingelaufen, das ist fein, da bin ich dafür, habe ich ja genauso gemacht. Ich habe hier 25% gekauft und dann habe ich nochmal 25% gekauft hier unten. Jetzt hole ich mal den Schein rein, das müsste nämlich auch gehen, da kann man das nämlich besser sehen. Wo ist der Schein? Wo ist der denn jetzt da? Das ist jetzt der Schein auf Stundenbasis. Ja, dann habe ich also hier bei, was hatte ich gesagt, 9,58, das war diese Kerze hier, da, nee, diese hier. Da habe ich die ersten gekauft und hier habe ich dann die nächsten gekauft, bei 7,66, 7,65. So, jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Das Ding liegt also vorne, es ist okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, ich mache die ganze Position platt. Das ist das eine. Ich gehe mal wieder zurück zum Goldchart selbst, weil das ist, glaube ich, sinnvoller, den hier zu zeigen. Ich kann ihn natürlich glatt machen, freue mich über 500, 600, je nachdem, Euro, wo auch immer, was auch immer ihr gekauft habt, fein. Aber, ich bekomme jetzt hier grundsätzlich eine weitere Stabilisierung über das MACD, ich bekomme ein Kaufsignal, ein frisches über die Stochastik. Wir waren an unteren Band, wir sind aus dem unteren Band raus und wieder rein. Wir haben bisher diese Linie verteidigt. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung. Also, ich habe die Möglichkeit, A, ich kann alles verkaufen, freue mich über einen schnellen Gewinn. Absolut nachvollziehbar. Ich kann, sowas mache ich ganz gern, von diesen jetzt 200 Scheinen ein Viertel verkaufen oder ein Drittel. Und dadurch habe ich mir eine Geldeinnahme gesichert, die habe ich und es täte mir nicht so weh, wenn wir jetzt nochmal hier irgendwo drunter gehen. Das ist die zweite Möglichkeit. Ich kann die Hälfte verkaufen und dann den Stop anziehen. Also, was ich jetzt machen werde im Gold, vor dem Hinterblick oder vor dem Hinblick auf diese ganzen technischen Indikatoren hier momentan. Ich habe noch offene Positionen drin, und zwar diese hier mit 5,65 und mit 3,65. Ich hinterlege jetzt da keinen Stopp. Das mache ich nicht. Ich habe die, wie gesagt, mit 8,61 einstehen, liegen jetzt 2 Euro vorne. Ich lasse die so, wie es ist, weil die möchte ich gerne mal ein bisschen länger haben. Denn ich rechne eigentlich grundsätzlich mit einem, und das ist diese Linie hier, dass wir von diesem Shootingstar eine Linie ziehen können. Und das ist dann der Bereich im Moment von 1,855. Ich rechne damit, dass wir höher gehen, wieder die 200-Tage-Linie ein bisschen überbieten. Also, ich lasse das jetzt erstmal laufen. Ich mache keinen Stopp rein. Im Gegenteil, ich will sogar hier unten nochmal welche dazukaufen. Ich habe jetzt leider nur die Hälfte der Position. Aber, und das ist vielleicht noch ein Hinweis, hätte ich alles gleich hier gekauft mit 9,58 und dann säuft das Ding vor meinen Augen nochmal um 2 Euro ab, da wäre ich schon leicht nervös geworden. Also zumindest weiß ich das von vielen Leuten, die dann auch sagen, das war jetzt nicht gerade der Bringer. Dadurch, dass ich die Käufe aufgeteilt habe, Viertel hier und Viertel da, bin ich da wesentlich ruhiger. Ja, aber ich habe noch genügend Pulver trocken, um hier dementsprechend nachzukaufen. Also das ist jetzt echt eine Frage, wie ist eure Psychologie da? Da möchte ich auch gar nichts zu raten. Ich will auch eigentlich diese Art der Filme gar nicht machen, weil, also ich sage lieber, es geht hoch oder runter, als dass ich hier Positionen vor mir zeige. Das ist nicht meine Art und Weise. Also ich kenne das von vielen Fachkollegen, die auch gerade auf YouTube dann so Thumbmails machen. Ich habe, was weiß ich, 30% verdient in 7 Tagen mit dem oder ich finde das furchtbar. Ja, also das ist nicht meine Art. Ich bin da einfach nicht laut genug. Aber ich will das auch gar nicht sagen. Es sollen ja einfach nur Trading-Ideen sein. Ja, und die greift jetzt und jetzt gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen könnt. Der eine oder andere freut sich über einen schnellen Gewinn. Der Nächste sagt, nö, ich lasse das jetzt noch ein bisschen laufen. Der Dritte sagt, gut, ich gebe mir die Hälfte und lasse den Rest laufen. Das ist echt Geschmackssache. Also ich persönlich werde das schlicht und ergreifend laufen lassen. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich freue, wenn es jetzt nochmal hier runter geht, aber ich nehme das in Kauf. Ich rechne kurzfristig mit einem Erreichen von dieser Marke hier. Ganz grob, die fällt natürlich auch jeden Tag recht heftig. Aber es soll einfach nur helfen, mal zu überlegen, was man alles machen kann. Und eine ganz wichtige Botschaft ist, man muss nicht immer gleich, das ist also ein fallender Markt, da würde ich niemals mit dem mir zur Verfügung stehenden Geld für diese Position komplett all in gehen. Ich würde das nicht machen, sondern die, erinnert euch an die Geschichte, mit dem Tennisball, ich weiß nicht, wie weit sich das Ding reindreht, kann ich nicht sagen oder reingräbt in den Boden, weiß ich nicht. Deswegen mache ich das etappenweise. Vielleicht hilft es euch. Ich wünsche euch ein Happy Training und fette Beute. Bye, bye.